Mit den Ahbarsch sind wir zu Ende gekommen. Leider gab es von deren Seite keine Einsicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe es auch nicht anders erwartet, um ehrlich zu sein. Weil, liebe Geschwister, ihr müsst wissen, nicht jeder ist bereit, die Wahrheit anzunehmen. Und wenn man jemandem sagt, du bist im Shirk, im Kuffer, komm von dort weg und diese Person beharrt da drauf und verteidigt sogar noch seinen Shirk und Kuffer, wie die Ahbarsch das gemacht haben, dann ist das sehr, sehr gefährlich. Also, wir wünschen niemanden, in so einem Zustand zu sterben, aber jeder Mensch entscheidet für sich. Jeder Mensch entscheidet für sich. Wir haben die klaren Beweise aufgelegt und wir haben die klaren Beweise dargelegt. Aber, liebe Geschwister, subhanallah, man konnte nicht antworten auf diese Beweise. Vielmehr haben sie die Taktik der Kuffar genommen, dass sie über uns immer berichtet haben, wir sind Radikale und Salafisten und durch uns sind Leute nach Syrien gegangen und haben sich dem IS angeschlossen. Ich meine, wenn diese Leute sich nicht lächerlich machen wollen, die sollen mir einen Prediger zeigen, der so viel gegen den IS berichtet hat und geredet hat und argumentiert hat, wie ich das gemacht habe. Sollen sie mir einen einzigen bringen, der in dieser Fülle so viel über die Khawarij und Takfiris, wie die IS-Leute das sind, wer so viel darüber gemacht hat. Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dann siehst du tatsächlich ihr wahres Gesicht, dass sie letztendlich genauso wie die Islamhasser immer mit diesen billigen Dingen kommen, dass wir radikal sind und andere Leute radikalisieren und sie nach X und Y schicken. Tayyip, wenn wir doch so radikal sind, dann nur eine Frage, ihr Ahbash. Alhamdulillah, und ich sage immer Alhamdulillah, weil nichts ist unser Verdienst, sondern von Allah. Bei wem konvertieren die meisten Menschen? Bei euch, Ahbash? Ihr denkt ja, ihr seid nicht radikal, aber ihr sagt, wir sind radikal. Wie kommt es, dass die meisten bei uns konvertieren, obwohl wir so radikal sind? Also ganz im Ernst, die Leute sind ja auch nicht dumm. Wenn jemand ihnen radikal wirkt und sie eine Abneigung haben gegen eine Person, dann werden sie nicht bei ihm konvertieren. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin, haben wir hunderte von Konvertierungen gehabt und viele sind noch gar nicht hochgeladen. Aber Alhamdulillah, das zeigt, dass die Leute nicht das von uns halten, was die Ahbash von uns halten. Und hier sollten wir wirklich dann diesen Leuten sagen, sie sollen ruhig sein, es ist besser für sie. Wallah, es ist besser für sie, anstatt dass sie sich immer mehr in Schande stürzen. Und eines ihrer billigsten Argumente, wie die Kuffar das auch machen, dass wir angeblich Honishandel gemacht haben. Wallahi billahi tallahi. Und ich schwöre einen kräftigen Schwur. Und wenn es den Islam-Hassan zuwider ist und den Sunnah-Hassan unter den sogenannten Muslimen, die die Sunnah hassen und damit uns hassen, wir haben einen Honishandel gehabt, Alhamdulillah. Und jetzt, und jetzt, die Bilder sind sogar noch im Internet. Bitteschön. Die Bilder sind sogar noch im Internet. Und hunderte von Leuten, die bei uns das gekauft haben, können bezeugen. Und mit Sicherheit sind auch welche im Livestream, die von uns damals auch Honig bestellt haben. Mit Sicherheit können hunderte das bezeugen. Und Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aber wenn man nichts hat und wenn man nur ein verdorbenes Herz hat, dann wird man uns natürlich von jeder Seite angreifen. Möge Allah diese Leute recht leiten und sie zur Wahrheit führen. Allahumma amin. Heute bin ich den Lassen.